einer geht noch einer geht noch rein ich möchte das jetzt mal so lange fahren dass ich wenigstens unter den ersten dreien bin ich habe irgendwie brust vor zeug und hupe bekommen brust zeug und hupe ich hab brüste bekommen ach so genau man kann ja nachgucken was man gekriegt hat ich habe ein upgrade für meinen helm und zwar wenn du im nahkampf schaden verursaß wird deine granate deiner granaten abklingzeit verbessert das finde ich nice sie jetzt aber mal diese komischen klamotten die ich da getroppt bekommen habe an weil sehe ich mehr aus wie ein rennfahrer viel cooler aus dieser waffe ist das ziel beim feuern leichter trotzdem ich komme ich mir manchmal so vollständig so dastehen und maschinengewehr versucht mit einer hand zu halten nicht auf jeden fall tom ihre gebührt dem wem ihre gebührt du hast dein wort gehalten ist nicht erster geworden herzlichen glühstrumpf aber wir haben es nicht leicht gemacht wir haben es nicht leicht gemacht teilweise war ich zweiter und ihr habt mich wieder überrundet also gut hast du siehst du siehst du siehst du kaktus in der wüste bei mir sagt sie gerade sparen bremse für niemanden warum ist sie bei mir so voll an ist mir alles egal die ist richtig anti anti alles für immer okay du sagst mittelfinger ist der deck hier ja ich habe den und dann habe ich den zeigefinger auf dem oberen fühle ich gleich da rutsche ich das nicht das nicht gut ist ja alle gar nicht was gut ist jetzt wurde ich abgedrängt ich wollte meine abkürzung fahren oder ihr säcke einfach mal vergessen dass man mit dem steuer mit dem zweiten steuerding noch nachziehen muss ist auch stark von mir würde ich sagen ja das ist dann hat man so ein bisschen brain lag man nicht mehr gut also jetzt muss ich halt von ganz hinten das feld aufräumen aber mal gucken ob das habe ich ja auch schon mal geschafft und dann nicht trotzdem der letzter geworden ich einfach wieder gemeint hat den ersten habe ich glaube was ist denn jetzt passiert da wollte ich nicht lang kann hallo manchmal treffe ich auch so kleinere steinchen und dann dann gibt man kurz mal so eine so eine aufricht position und dann kannst du das klick ja hätte ich doch du dämliches scheiß strecks fahrzeug ja wollte ich aber auch gerade sagen das ist das wovon ich eben geredet habe dass man halt teilweise bei kleinstein oder so extrem nein manchmal toll jetzt habe ich auch gemacht ist auch dagegen genascht ja eigentlich nicht laut animation im ersten moment nicht so und dann der sparrow so wie gestürzt ja nicht diese ecke nicht die ecke ich halte die ecke anscheinend so schnell genommen gegner ich habe die ich benutze halt r2 ab und zu zum driften ich muss ich sehe auch locker so wie ich mich hier konzentriere aus wie so ein richtiger voll honk also mehr als sonst meine ich er hat einfach aufgehört gas zu geben das ist mein finger der alarmt jetzt ich bin so gut wie verzweifelt die gegner hier noch schießen den treff ich den hab ich auch nicht getroffen den treff ich jetzt den auch fuck oh fuck was habe ich denn da gemacht ich habe die rolle gemacht ich tu gleich ganz andere dinge mann sauer reihe ich bin noch aber da durchgefahren ich weiß nicht was sie da hinten macht aber ich gewinne irgendwie an abstand sag mal so guck mal den mai erst mal so nein nein nicht gegen die wand nein nicht gegen die wand nicht gegen die gegen alle ganz viele gegner sind die letzte runde schon bitte bitte so ein dritter platz würde mir gut schmecken ihr kennt doch dieses klassische musik wo was häufig benutzt wird irgendwelche wichtigen gegenstelle durch die luft fliegen oder denn 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 nicht haben wir bist schon wieder vor mich gekommen ich weiß nicht was ich hier mache hallo ja dieses dog das gibt schon nicht so nah obwohl das ist gar kein gibt es nie ich hasse das hier ich hasse das hier ich habe ich bin nicht dagegen gefahren hallo luftschiff ich bin durch das luft also gegen es ist auch möglich über das luftschiff zu fahren ich habe den fuß nicht bekommen naja wollte ich auch gar nicht eher so gegen auf jeden fall nein nein danke war aber sehr knapp aus ja das ist also nein 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 du hast mich voll weggecrashed tut mir leid aber ich sehe gar nicht mehr was ich überhaupt mache das ist überhaupt nicht witzig ne komm jetzt bitte ach ja vierter aber trotzdem ich habe leider oder so bekommen abgeblätterter lack schneeschrei habe ich bekommen aber es war auch wieder knapp drei sekunden vier sekunden ist nicht so viel ich meine habt ihr zu 90 bekommen ja ich habe auch 90 ist das jetzt ein superschneller spiel der ist auf jeden fall meine ich etwas schneller wie der den ihr jetzt guck mal der ist nämlich schon im event ja der ist noch mal 20 schneller direkt ausrufen und eine andere hupe ne auch mal eine andere hupe oder sehr legendär aber die sind weg sobald slr nicht mehr da so geil das einzige was vermutlich nicht bleiben wird sind die hupen bleiben nicht mehr okay das ist natürlich klar also dass die masken halt nicht übrig bleiben jetzt sehe ich wieder was wo bin ich da aber ich habe nur so ein paar lichtpartikel bekommen ich will auch so einen schönen shader haben wir können ja jetzt mit den neuen mit den neuen sparrows müssen auf jeden fall noch mal fahren ja ja auf jeden fall ja langsam keine ahnung was ich hier gemacht habe gefühl alles klar herr kommissar aber beim walzer alle mitmachen ja das war ein stream ich heute nacht noch ein bisschen einfach nur um das stundenland zu machen ja das ist eigentlich also darf man da treffer mit sturmfoss verursacht schaden im wirkungsbereich ist das jetzt ein zusätzliches ding was denn da hat sich erledigt ok dock sag ich mit munition für schrotflinte ja i don't care ja stimmt genau warte mal wie geht das noch hoffentlich wird das video nicht gesperrt so gut wie wir singen hey du ganz ehrlich aber ich hab das bei need for speed halt immer ne weil bei need for speed da ist halt auch wieder so ein krass lizenzierter soundtrack ok und da ist jeder jede folge es wird halt sofort gesagt inhalte von ja das hatte ich aber auch mal bei einem format das ich auf meinem kanal hatte der kanal ist jetzt stehe gelegt weil er irgendwie nicht zu freischalten da hatte ich das auch ich habe ein spiel gespielt da liegt dann einfach nur die musik im hintergrund ich habe fast die komplette zeit geredet nur ja aber das ist so das ist aber so also es ist wie gesagt bei need for speed ich glaube ich habe zwei folgen von 30 die durchgegangen sind also das ist also das hätte ich nicht gedacht dass man so streng da ist jetzt jetzt haben wir jetzt schnellere sparrow ding jetzt bin ich mal gespannt also erwarte ich ja eigentlich dass wir erster werden ich bin erstmal gegen so eine wand in der luft und ich habe die kurve nicht gekriegt ja ich wollte auch sagen also ich habe die ersten dinger direkt erst mal liegen lassen soweit ich das richtig im kopf habe jetzt eine höhere maximalgeschwindigkeit ich kann so schön bisschen dodgen nach links und auch ein kleines bisschen bessere das könnt ihr aber auch wenn ihr die in sticks drückt wenn ihr die sticks in die jeweiligen seite drückt wenn ihr zum beispiel nach links drückt ja dann dort steht er so ein bisschen in die richtung entsprechen isa mensch drückst du mich hier fast runter hallo ich habe auch keinen plan was hier passiert du hast mich gerade fast von der map gedrückt das ist das also rache gar nicht dass das geht es geht so am roll auf uns ich glaube so rechts am luftschiff vorbei ist der beste weg es geht sogar dass du übers luftschiff fahren kann ja aber das also ich vermisse meinen als normalsterblicher halt ja ich bin gegen die wand gefachelt ey man also ich glaube wir können jede folge mit 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 caps lock und rage in den voll prügeln benennen meine ich weil es ist ja nur gebrülle eigentlich und gepöbel also ich bin ganz entspannt die dinge exportieren und mich drüber um ich hab angst wo sehe ich nochmal wieviel da ich bin dritter naja 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 mich sehr gut selber auslocken ich war die ganze zeit merke einfach gegen jede wand fahre ja aber du bist trotzdem also ja ich verstehe nicht wo die anderen sind die folge gerade gegen jeden baum gegen so hallo da bin ich schaut euch mich an ich war auch ja ja komm du hast ein sparrow der fährt bestimmt 4000 km h ja das weiß ich nicht ob das stimmt ob ich dir das glauben kann am ende tue ich noch den weiten ganz schlecht wieso wie kann der aber der kann nur 100 oder 120 und hat halt keine bildung ich vermisse mal aufschicht kann ich mir bitte ich war ganz links durch die ecke kommt auf der rechten komplett rechten seite raus ich bin erster warum bin ich denn erster machen wir wieder essen ich darf nicht erster werden mit so einer leistung hier ich glaube die anderen fahren alle werden nicht hätte ich jetzt lust drauf ich treffe gerade kein einziges ding kann halt sein dass dadurch dass die halt noch nicht so viel gespielt habe in einer lobby sind wo es noch nicht so erfahrene will ich ja wohl auch hoffen der überholt mich gerade jetzt jetzt wenn ich jetzt nicht überholt werde also dann ist das spiel auch einfach also ich habe mich aber sie machen die ganze scheiße da an der fahrer ich will da zurückgehen dann das hier voll die kacke war ich nehme mal die abkürzung ich raffe noch nicht was das ding hier kann weil da kann ja der andere konnte so ein bisschen deutschen kann das hier nur bedingen ich glaube der hat das nicht so stark dass man ja dieses lenk dafür aber dann der dash nervt aber ich will mein wortchen wir haben ich finde den dächt ehrlich gesagt deutlich besser lenkt sich zwar so besser aber komm mal herr wenn ich nee hör auf komm mal her lass mich ich will erster werden weil dann hier auf alles drauf ballern jetzt überholt mich locker noch abgehärteter lack abgeschlossen gott sei dank erst mal abspringen dann kann ich das hier gleich noch mal abgeben ich hatte hier noch so ein slr ding und was ist hier noch schließt 10 ab ja das sind halt die beutezüge diese beutezüge von sl musst du abschließen ich habe drei von zehn aber wir sind schon viel öfter gefahren ja aber das zählt für die beutezüge nicht für die abgeschlossenen rennen was sind die beutezüge die dinge die du abgegeben hast die dailies quasi schrittmacher und das sind die kopfgelder von diesem event ja 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 also ich nenne jetzt amateurhaft einfach mal dailies ja das war dailies von diesem event halt quasi akkoma wer da ganz oben steht oh was jetzt hat er auch nicht hatte schon ein ich hätte es habe ich noch ein mitternachtslumus ich sehe nicht was ich bekomme du hast bekommen äh seltsame münze eine ich möchte aber mal kurz sagen ja dass wir uns gesteigert haben wir haben angefangen als letzter und vorletzter das stimmt diesmal habe ich gefunden wo ich drücken muss damit ich fahre liebes tag wohl heute habe ich gelernt wie ich gas gebe ich möchte übrigens folgendes sagen wir haben angefangen mit level 26 und haben nur durch sparrow rennen jetzt schon drei level gemacht ist der wahnsinn nicht schon 27 glaube ich war schon 27 oder das also ich wollte jetzt weiter das event machen ja gut also ich meine ich fahr gern noch ja ist ja gut ich frage ja nur also ich meine das muss man jetzt auch nutzen wenn es so special ist ich meine klar ich sehe dabei halt aus als hätte ich einen affen im kopf der mit so einem becken in sich aber